So, jetzt sind wir drin. Hier ist die liebe Tiri mit den roten Locken und die Josephine und die kümmern sich jeden Tag um die Hunde. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Mimi, Luna, Betty, Hylia, Furu Aven und hier ist dann der Eingang und da war noch eine kleine Baustelle. Da haben wir die Dana und sie hat einen schönen großen neuen Zwinger bekommen, der konnte durch Spenden von unseren lieben Paten und Spender und dem Tierschutz von Europa finanziert werden. Und hier ist dann der Eingang.